Das Thema Nummer 1 in der heutigen Zeit ist mit Abstand Corona und die Maßnahmen, die sich in ihrer Masse und Härte gefühlt täglich übertreffen. Jetzt bewegt sich allmählich alles auf eine Zwangsimpfung zu. Der totalitäre Kontrollstaat unter dem Deckmantel der Gesundheit wird in Höchstgeschwindigkeit errichtet. Die Expresszeitung veröffentlicht aber im August und September eine Doppelausgabe über ein historisches Thema, das, so wie es scheint, eher mit dem Kalten Krieg als der heutigen Situation zusammenhängt. Warum? Ja, also erstmal sei dazu vorweggenommen, dass uns das Thema Corona auch in der kommenden Ausgabe wieder beschäftigen wird. Allerdings diesmal aus einem ganz anderen Blickwinkel, als wir es vorher getan haben. Ich denke, wir haben da einen guten neuen Weg gefunden, ja darzustellen, wie ernst heutzutage die Situation ist und wo wir uns als Gesellschaft hinbewegen. Das wird jetzt also mal ein ganz anderer Ansatz, als den, den wir bisher so gewählt haben. Aber ich will dazu noch nicht zu viel verraten. Jetzt ganz allgemein zur Doppelausgabe. Also es geht darum, eine Brücke zu schlagen von der Vergangenheit zu Situationen, in der wir uns heute befinden. Und das ist das, was wir auch in vielen Ausgaben zuvor getan haben. Zum Beispiel, als wir da herausgearbeitet haben, dass der Zweite Weltkrieg zu tun hat mit dem natürlich, wie die heutigen Deutschen über ihr Land denken, über die Umerziehung und den Schuldkult und so weiter. Oder damals, als wir zurückgeblickt haben auf die Sklaverei, um aufzuzeigen, wie deren Geschichte heute verzerrt wird, um einen Rassenkrieg zu provozieren. Also wir sind als Zeitung sehr auf Aktualität aus und würden uns jetzt keinem historischen Thema annehmen, wenn es keine entscheidende Relevanz hätte für unsere Jetztzeit. Die Doppelausgabe trägt ja den Titel Great Reset – Perestroika-Täuschung 2.0. Und das Thema ist natürlich die sowjetische Langzeitstrategie. Was ist denn die sowjetische Langzeitstrategie? Ja, also es geht ganz grob gesagt darum in der Doppelausgabe, dass dieser vermeintliche Untergang des Kommunismus 1991 gar nicht das Ende des Kommunismus war, sondern im Gegenteil, es ging darum, den Kommunismus auf der ganzen Welt zu verbreiten. In anderen Worten dann eine kommunistische Weltregierung. Und das wurde schon in den 50er Jahren im sowjetischen Politbüro geplant, was sich unter anderem anhand der Aussagen von sehr glaubwürdigen Überläufern nachvollziehen lässt. Und natürlich bedeutet die globale Machtergreifung des Kommunismus auch eine Weltregierung, weil Weltregierung war immer essentieller Bestandteil der marxistischen Ideologie. Diese Weltregierung sollte dann eben gemäß den Plänen von damals aus dem Politbüro von China und Russland durchgesetzt werden, die die alte Supermacht USA dann als neue Supermächte ablösen würden, um diese Weltregierung allmählich dann zu installieren. Das war der Plan und es ist wirklich historisch nachvollziehbar, dass dieser Plan bis heute erfolgreich umgesetzt wird. Eine gewagte Behauptung, die schwer nachzuvollziehen ist. Was hat die sowjetische Langzeitstrategie denn jetzt zum Beispiel mit Corona zu tun? Ja, also die sowjetische Langzeitstrategie hängt absolut entscheidend mit der heutigen Situation zusammen. Und wer unsere Zeitung kennt, der weiß, dass wir uns etwas dabei gedacht haben. Also wir wollen immer am Puls der Zeit sein und historische Themen auch wirklich nur dann bringen, wenn sie für unsere Zeit eine Relevanz haben. Und genau das ist mehr denn je der Fall bei dieser Doppelausgabe. Zudem ist der Inhalt der Zeitung gar nicht rein historisch, sondern schlägt eben immer wieder die Brücke in die Gegenwart. Also die Ausgabe ist historisch und aktuell zugleich. Und ja, bezüglich der Frage werfen wir mal einen Blick auf Corona. Zum Beispiel hätten wir ja da die Vereinten Nationen, die in beiden Teilen dieser Doppelausgabe eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und es war für die Kommunisten damals von absoluter Wichtigkeit, eben diese Institutionen, die Vereinten Nationen, nach dem vorgetäuschten Untergang der Sowjetunion zu nutzen, um die ganze Welt planwirtschaftlich gleichzuschalten. Also vermeintliche globale Probleme, die einfach behauptet werden, um eine Weltregierung zu rechtfertigen. Und schon wären wir eben wieder bei Corona, das genau so eine inszenierte globale Krise darstellt, mit der man auch nachweislich eine Weltregierung durchsetzen will. Und das mit der Weltregierung, das wird ja auch offen zugegeben. Allerdings spricht man heute meistens eben nicht mehr von Weltregierungen und benutzt so Euphemismen wie zum Beispiel Global Governance. Das hört man zum Beispiel bei Event 201 oder auch in Klaus Schwabs Buch und sicher auch an vielen weiteren Stellen. Bill Gates hat sogar schon explizit von einer Weltregierung gesprochen. Nun, wie gesagt, zufälligerweise gehört ja eine Weltregierung auch zur marxistischen Ideologie, eigentlich wie der Papst zur katholischen Kirche. Also offensichtlich wird dieses Ziel der Marxisten auch im Zusammenhang mit Corona verfolgt. Und es ist auch eindeutig nachzuvollziehen, dass die UNO jetzt seit mindestens 30 Jahren auf marxistischen Ideen aufbaut, sicher auch davor, aber seit den 90ern liegt das praktisch offen auf dem Präsentierteller. Zum Beispiel die offiziellen Zielsetzungen der UNO, die sind auch als Agenda 2030 bekannt, basieren in ihrem Ursprung auf dem Programm der sozialistischen Internationalen. Das ist überhaupt kein Geheimnis. Das wurde auch zugegeben von Gro Harlem Brundtland, der wichtigsten Urheberin der Agenda 21, also dem Vorgänger der Agenda 2030. Und Frau Brundtland war auch Vizepräsidentin der sozialistischen Internationalen. Ebenfalls entscheidend, absolut entscheidend beteiligt an der Agenda 21 waren die Marxisten, Mikhail Gorbatschow und Maurice Strong. Also diese drei Leute sind die Hauptpersonen hinter der Agenda 2030. Brundtland, Maurice Strong und Gorbatschow. Man könnte sogar sagen, die UNO ist vielleicht schon sowas wie eine Art kommunistische Weltregierung, die dann eben unser Leben mit der Agenda 2030 komplett durchregulieren will. Allerdings stellt sich da halt die Frage ja, wie viele Schritte noch gegangen werden, bis dann das Endziel wirklich erreicht ist. Also wir sind plötzlich eigentlich mitten im Thema, denn die UNO steht ja im Mittelpunkt dieser inszenierten Pandemie. Und wir kennen die Geschichte, China startet 2020 diese riesige Propagandakampagne von einem angeblichen Seuchenausbruch in Wuhan. Und ja, ach richtig, auch China ist ja noch kommunistisch und zufälligerweise in die sowjetische Langzeitstrategie eingebunden. Dann die WHO, die natürlich Teil der Vereinten Nationen ist, macht sich da keinerlei Mühe, Chinas Behauptungen überhaupt zu hinterfragen und führt die Maßnahmen einfach mal, die Maßnahmen aus China einfach mal im Westen ein oder auf der ganzen Welt ein und lobt China sogar für sein Vorgehen. Und obwohl China ein offen kommunistisches Regime ist, wo Propaganda die Regel und nicht die Ausnahme darstellen sollte, wird das einfach so von China übernommen. Praktisch alle Staatsoberhäupter hören auf die WHO und damit quasi indirekt auf die chinesische Regierung, bei dem was zu tun ist. Und das chinesische Modell zur angeblichen Seuchenbekämpfung wird dann auf der ganzen Welt durchgesetzt. Es sei noch erwähnt, dass der WHO-Direktorenposten auch mit einem Marxisten besetzt ist, der China sehr positiv gegenübersteht. Also zwei absolute Protagonisten der sowjetischen Langzeitstrategie, die UNO und China, stehen ganz offiziell im Zentrum der sogenannten Corona-Pandemie und ziehen hier auch wirklich gemeinsam an einem Strang. Doch damit immer noch nicht genug. Einige Monate später wird dann klar, dass diese vorgetäuschte Pandemie quasi eigentlich der Eröffner war für den Great Reset. Ohne Corona gäbe es auch kein Great Reset. Und der Great Reset ist eindeutig das Modell für die Welt der Zukunft, die uns bevorsteht. Auch das wird so offen kommuniziert. Und das war dann eigentlich auch der Zünder für die vergangenen drei Ausgaben. Also der Great Reset ist marxistisch und praktisch deckungsgleich mit der sowjetischen Langzeitstrategie und der Agenda 2030. Das heißt also Planwirtschaft auf der ganzen Welt unter dem Deckmantel des Umweltschutzes und auch der Seuchenbekämpfung. Aber noch viel mehr, also Ende der Nationalstaaten wird von Great Reset und Klaus Schwab eingeläutet. Errichtung der Weltregierung wird befürwortet. Es zieht sich durch die Ablehnung der freien Marktwirtschaft und natürlich der traditionellen westlichen Werte allgemein klare anti-westliche Tendenz zu erkennen beim Great Reset und auch eine erstaunliche Toleranz gegenüber so Unrechtsstaaten wie China. Und all das ist ja schwarz auf weiß in Schwabs Buch nachzulesen. Und auch nicht zu vergessen, das WEF hat schon angekündigt, dass die USA keine Weltmacht mehr sein wird im Jahr 2030. Genau wie das, was in der sowjetischen Langzeitstrategie vorgesehen war. Also nicht, dass wir es so sehen, dass es überhaupt eine Weltmacht bräuchte. Aber ja, eben die, wenn die Alternative zur USA dann China sein wird, dann bedeutet es eine weltweite Umsetzung des chinesischen Gesellschaftsmodells. Und wieder sind wir bei Corona, denn hier wurde Chinas Gesellschaftsmodell ja eins zu eins vom Westen kopiert. Und dabei ist es ja nicht geblieben. Also auch die digitale Identität und das Sozialkreditsystem, die in China ja schon viel weiter fortgeschritten sind als im Westen, sind die Blaupause für das, was dem Westen noch blüht. Auch da spielt die WHO ja eine entscheidende Rolle. Also die Totalüberwachung im Westen wie wirklich in einem kommunistischen Staat. Und mit diesen ganzen Verbindungen hat es sich einfach aufgedrängt, eine Doppelausgabe zur sowjetischen Langzeitstrategie zu machen. Nachdem wir in Ausgabe 40 herausgearbeitet haben, wie extrem marxistisch der ganze Great Reset ist. Und ja, da muss man festhalten, die sowjetische Langzeitstrategie ist der historische Vorbau für Corona und den Great Reset. Und damit ja das ziemliche Gegenteil von irrelevant für die heutige Zeit. Wir sind nämlich 2021 weiter mittendrin in der Umsetzung dieses Plans. Das heißt, relevanter und mehr am Puls der Zeit geht es eigentlich kaum wie mit dieser Ausgabe. Abseits von dem, was du jetzt gesagt hast, geht es doch beim Great Reset eher um eine Machtergreifung der Turbokapitalisten. Wollen die Superreichen beim WEF nicht einfach noch mehr Geld verdienen? So wird es doch von vielen Kritikern behauptet. Ja, also dass es sich beim WEF um Kapitalisten im Sinne jetzt von Befürwortern freier Marktwirtschaft handelt, das kann wirklich auf zahlreichen Ebenen widerlegt werden. Dass das Great Reset Buch von Schwab jetzt kein Loblied ist auf freie Marktwirtschaft, sondern fast so eine Art kommunistisches Manifest. Das können Leser mit der Ausgabe 40 erfahren. Wobei es ja auch die Zukunftsprognose gibt des WEF, du wirst nichts besitzen und glücklich sein für das Jahr 2030. Und das reicht ja eigentlich schon aus, um zu sehen, wo die Reise hingeht, ohne dass man jetzt Klaus Schwabs Buch wirklich lesen müsste. Und mittlerweile wird auf der ganzen Welt ja ein Zentralbanksystem mit Fiat-Geld eingeführt. Das wird exakt das, was Karl Marx in seinem Kommunistischen Manifest vorgesehen hat. Das heißt jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, den Hintermännern des Great Reset geht es nicht ums Geld, denn sie können es selber drucken. Gleichzeitig haben diese Hintermänner nachweislich die Oktoberrevolution finanziert und die Sowjetunion aufgebaut. Auch das ist ein essentieller Teil der Ausgabe. Und die Errichtung der Weltregierung ist sowohl das Ziel dieser Finanzoligarchie als auch das Ziel des Kommunismus. Und auch Klaus Schwab schwärmt ja in seinem Buch von der sogenannten Global Governance und der, Zitat, globalen Ordnungspolitik, ein Wort, das er sehr oft verwendet, was, wie gesagt, eben nichts anderes ist als ein Euphemismus für Weltregierung. Hier geht es also um Macht, nicht um Geld, genauer gesagt um die Weltmacht. Ja, aber Klaus Schwabs Organisation nennt sich ja sogar Weltwirtschaftsforum. Und ausgerechnet er soll kein Kapitalist sein? Ja, besonders an der Person Schwab kann man erkennen, dass selbst die vermeintlich kritische Öffentlichkeit gegenüber dem Great Reset meistens nicht versteht, was die eigentliche Agenda ist. Man muss sich ja nur die Person anschauen, von denen er meint, sie hätten ihn am allerstärksten geprägt. Da wäre zuerst mal Henry Kissinger, wo man das gleiche Problem hat wie bei Schwab, dass er ein falsches Image verpasst bekommen hat als sogenannter US-Imperialist. Wir rücken das in der Ausgabe 41 gerade, da muss man etwas ausholen. Ich nehme nur mal so viel vorweg zu Kissinger. Niemand hat im Westen mehr für die sowjetische Langzeitstrategie getan als Kissinger. Dann haben wir Nelson Mandela als Schwabs Vorbild, dessen Außendarstellung und seine Reputation auch nichts mit der Realität zu tun hat. Mehr dazu in Ausgabe 20 der Expresszeitung. Nur so viel sei hier gesagt. Mandela war kommunistischer Terrorist und seine Machtergreifung hat Südafrika auf lange Sicht zerstört. Man sieht ja, was heute passiert. Dann haben wir einen gewissen John Kenneth Galbraith, der David Rockefeller regelmäßig zu Meetings in der Sowjetunion begleitet hat. Auch der gehört zu Schwabs Mentoren und zu guter Letzt ein gewisser Maurice Strong, von dem man eigentlich sagen könnte, er war wirklich die absolute Schlüsselfigur, als es darum ging, dieses Narrativ vom menschgemachten Klimawandel über die UNO dann einzuführen. Und auch der war überzeugter Sozialist. Seine Cousine war jetzt niemand anderes als die einflussreichste Kommunistin in Amerika, sagte man. Der wurde sogar in Peking ein eigenes Grab gewidmet. Maurice Strong war aber auch gleichzeitig Milliardär. Was zeigt, Reichtum und Sozialist zu sein, schließen sich gar nicht gegenseitig aus. Sogar eher im Gegenteil, in sozialistischen Systemen können die Superreichen weit mehr Kontrolle ausüben und so ihre Konkurrenz dann über den Staat ausschalten. Dann wollte ich noch anmerken, man verknüpft normalerweise ja den Namen Al Gore mit dem sogenannten menschgemachten Klimawandel. Und wer sich da in die Recherche begibt, wird feststellen, dass es eigentlich Maurice Strong war und nicht Al Gore, der diese Agenda wirklich implementiert und auf den Weg gebracht hat. Trotzdem sei auch da in Bezug auf Al Gore noch erwähnt, dass er der Anwalt von Armend Hamer war. Und Armend Hamer war ein Sowjetspion und Multimilliardär, der beste Geschäfte gemacht hat mit der Sowjetunion. Und auch Al Gors Tochter hat in die Schifffamilie eingeheiratet, die damals die Oktoberrevolution finanziert haben. Und auch beim WEF von Klaus Schwab ist Al Gore natürlich gern gesehener Gast gewesen. Das heißt, Schwabs Einflüsse schreien geradezu nach sowjetischer Langzeitstrategie. Und sowieso führt praktisch jede Verbindung von ihm über eine Ecke zu den Rockefellers, die ja Teil dieser Hochfinanz sind, die den Kommunismus wiederum erst zum Leben erweckt hat. Und wenn man jetzt jemand wie Klaus Schwab und sein WEF mit Kapitalismus gleichsetzt und dann behauptet, ja die Großkonzerne wollten sich einfach nur die Taschen voll machen, dann tut man ja genau das, was die sowjetische Langzeitstrategie im Westen wie im Osten vorgesehen hat. Nämlich ja den Kapitalismus zu verunglimpfen, um ihn früher oder später abzuschaffen. Und Kapitalismus ist übrigens in sich selbst auch ein Kampfbegriff von Karl Marx, um die freie Marktwirtschaft mit einem wohlhabenden Mittelstand zu verunglimpfen. Also ein System eigentlich, in der erst der breiten Masse der Leute gut geht und nicht nur der herrschenden Klasse. Doch, da kann man eigentlich zustimmen. Nur Technokratie und Marxismus vereint ja die Idee der Planwirtschaft. Man könnte Marxismus eigentlich auch als eine Form der Technokratie bezeichnen, jetzt je nachdem, wie man das Wort Technokratie versteht. Zumindest haben Marxismus und Technokratie gemeinsam, dass sich eine kleine Kaste Menschen dazu aufschwingt, das Leben ihrer Untertanen dann planwirtschaftlich von A bis Z durchzuregulieren. Früher war die Rechtfertigung für die Planwirtschaft meist eine andere. Im, ich sag mal, altbackenen Sozialismus war es die sogenannte soziale Gerechtigkeit. Die war der Vorwand für die Planwirtschaft. Also die gerechte, angeblich gerechte Verteilung der Ressourcen, Güter und Waren. Und das spielt heute auch noch eine wichtige Rolle. Doch momentan ist vor allem die Wissenschaft als Rechtfertigung für diese Planwirtschaft in den Vordergrund gerückt. Aber das System dahinter bleibt im Grunde identisch. Die Menschen sollen von zentraler Stelle gesteuert werden, sei es jetzt von sogenannten Experten oder Wissenschaftlern oder eben politischen Anführern, die sich da soziale Gerechtigkeit auf die Fahne geschrieben haben. Mehr zu diesem Thema in der Ausgabe 40. Da ist ein ausführlicher Artikel dazu. Wenn wir jetzt allerdings die historische Brille aufziehen, dann sahen wir an den letzten 120 Jahren in keinem Land der Welt, zumindest nicht, dass ich wüsste, eine Machtübernahme von sogenannten Technokraten oder einer technokratischen Partei. Dagegen kam es natürlich zu Dutzenden namentlich kommunistischen oder sozialistischen Revolutionen und Eroberungen und Staatsstreichen. Und praktisch alle Mentoren von Klaus Schwab sind Marxisten oder sowjetische Agenten gewesen. Wohlgemerkt ist die sowjetische Langzeitstrategie auch nur eine historische und ideologische Wurzel vom Great Reset. Und ja, man könnte jetzt in der Geschichte zurückgehen und darüber streiten, ob der Gedanke der Technokratie vielleicht ursprünglicher ist als der des Marxismus. Aber der Punkt ist, dass es in der Ausgabe ja um historische Fakten geht, also um Personen, Organisationen, Staaten, Parteien und so weiter. Und da kann man ja ganz klar den Finger darauf legen und das auch für den Leser greifbar machen. Es waren nachweislich Menschen, die sich selber als Sozialisten, Marxisten oder Kommunisten bezeichnet haben oder die zumindest den Kommunismus unterstützt und gelobt haben, die dann wiederum die sowjetische Langzeitstrategie in die Wege geleitet haben und die heute durch den Great Reset fortgesetzt wird. Okay, jetzt zur Theorie, der Untergang der Sowjetunion sei geplant und orchestriert gewesen. Klingt die offizielle Geschichte nicht relativ einleuchtend? Ein schwächelndes kommunistisches System würde durch einen Volksaufstand gestürzt und dann aufgelöst. Welche Beweise soll es denn für eine streng geheime sowjetische Langzeitstrategie geben? Ich meine, das soll alles im stillen Kämmerlein vorbereitet worden sein und das Jahrzehnte vor dem Ereignis und dann soll das auch noch funktioniert haben. Ist das nicht alles irgendwie weit hergeholt? Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist umgekehrt. Die offizielle Geschichte, dass die Sowjetunion durch innere Unruhen und ökonomische Probleme und natürlich auch eine Revolution aus dem Volk heraus umgegangen ist, ist sehr, sehr weit hergeholt. Daran zu glauben, ist eigentlich vollkommen absurd. Und ich würde das gerne an einem Beispiel festmachen. Ich habe jetzt einfach mal eine Person, die an das offizielle Narrativ glaubt, herangezogen. Es glaubt ja praktisch jeder daran. Aber ich habe jetzt sogar einen entschiedenen Gegner und Kritiker des Kommunismus genommen. Stéphane Courtois, Historiker aus Frankreich und Autor des bekannten Schwarzbuchs des Kommunismus, welches sich ja millionenfach verkauft hat und was sehr bekannt ist. Also ein sehr renommierter Name und zudem noch eigentlich im linken Mainstream unbeliebt, geradezu teilweise verhasst, wegen seiner Marxismuskritik. Und ich habe nun mal relativ oberflächlich jetzt in den zweiten Teil dieses Schwarzbuchs reingeschaut und eine sehr kleine und sicher auch unvollständige Liste erstellt, was er und seine Co-Autoren da so registrieren. Und so viel sei vorweggenommen. Es deckt sich ja alles mit der sowjetischen Langzeitstrategie. Also da haben wir erstens in Russland und den ehemaligen Satellitenstaaten ehemalig gab es gar keine kritische Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit. In China sowieso nicht. Das weiß man. Dann eben praktisch niemand aus der alten sowjetischen Parteikaste wurde dann nach der Auflösung des Staates Sowjetunion wirklich je juristisch zur Verantwortung gezogen. Im Gegenteil, die Parteibonsen haben wirklich eine ansehnliche Rente von dem Staat erhalten, der eigentlich angeblich der freie kapitalistische Nachfolger der Sowjetunion sein sollte. Auch das ist bekannt. Courtois zeigt sich sogar dann verblüfft, dass es laut ihm seit dem Mittelalter gar kein großes Reich und kein weltbeherrschendes System gab, das ohne Revolution oder militärische Niederlage zusammengebrochen ist. Womit er dann übrigens selbst anerkennt, dass es gar nicht die Revolution war, die das Ende der Sowjetunion bedeutete. So ähnlich auch wie Helmut Kohl, der das auch angedeutet hat. Dann wundert sich der Autor, dass Russland und viele ehemalige Satellitenstaaten eigentlich weiterhin von treuen Dienern des alten Systems sogar regiert werden und viele kommunistische Strukturen eigentlich noch weitgehend intakt sind. Weiter erwähnt er, dass die Sowjetunion in den 50er Jahren, das weiß man auch, Stalin abschwor und wieder auf Lenins Konzepte setzte. Und Lenin war die Person, die den Untergang der Sowjetunion im Jahr 1921 schon erfolgreich vorgetäuscht hat. Dann weiß er auch, dass Gorbatschow den kommunistischen Massenmörder Lenin wertschätzt. Das wird auch erwähnt. Auch, dass sich viele vermeintliche Oppositionelle von damals heute irgendwie komisch verhalten und zum Beispiel die Verbrechen der Kommunisten vertuschen. Auch das wird in dem Buch beschrieben. Also ein klares Anzeichen für eine gesteuerte Opposition. Weiter, dass die vermeintlichen Dissidenten Anhänger Lenins waren und damit auch weiterhin Kommunisten, wird von ihm auch registriert. Das heißt, der sogenannte Widerstand war nicht antikommunistisch, sondern pro Lenin und damit logischerweise auch pro kommunistische Weltregierung. Zumindest jetzt ein sehr großer Teil dieser Opposition. Auch wird da festgestellt, dass in der gesamten ehemaligen Sowjetunion immer noch die Statuen der alten kommunistischen Anführer stehen. Und ja, dass sich der Sozialismus im Westen im Aufstieg befindet, das musste Courtois ja am eigenen Leib erfahren, weil sein Buch damals in den 90ern schon von der Presse extrem verrissen wurde. Und sicher noch vieles, vieles mehr. Nur ja, irgendwie sieht der Autor, wie so viele andere auch, den Wald dann vor lauter Bäumen nicht. Obwohl er eigentlich bestens informiert sein müsste, kriegt er es irgendwie nicht hin, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Dabei wird in seinem Buch ja über Fakten, über klar beobachtbare Tatsachen geschrieben, die ja eigentlich aufzeigen, dass die offizielle Geschichte gar nicht so ganz stimmen kann. Und weiter, man ist sich ja auch unter Historikern einig darin, dass es die sogenannte Perestroika, also die vermeintliche Liberalisierung des Ostblocks war, die dann zum angeblichen Untergang des Sowjetsystems geführt hat. Nun muss man einfach nur die Bücher vom Urheber der Perestroika, Michael Gorbatschow, lesen, worin er ausführlich erklärt, dass die Perestroika gar kein Ende des Kommunismus bedeutet, sondern dessen Ausweitung auf die ganze Welt und auch, dass sie auf Lenins Konzepten basiert, der den Untergang schon 1921 zum ersten Mal vorgetäuscht hat. Das steht schwarz auf weiß in Gorbatschows Texten und zwar so eklatant, dass einem da wirklich die Kinnlade runterfällt, wenn man es liest. Man geht nicht so weit, wenn man eigentlich sagt, Gorbatschow gibt in seinen Büchern praktisch zu, dass die Perestroika die Durchsetzung des Weltkommunismus bedeutet. Und wie gesagt, es ist auch kein Geheimnis, dass die Perestroika auf Lenin basiert, dass die Opposition aus Leninisten bestand und Lenin wollte den Weltkommunismus errichten. Und da Gorbatschow es in seinen Büchern also schreibt, sieht man eigentlich schon, dass hier etwas vertuscht wird, wenn weder die Medien noch die akademische Welt das thematisieren wollen. Wenn es jetzt keine Vertuschung wäre, dann wäre es eben Totalversagen auf ganzer Ebene, aber ich glaube mehr an die Vertuschungstheorie. Also spätestens mit der Durchführung der Perestroika hat sich das bestätigt, was zwei der glaubwürdigsten Überläufer aller Zeiten berichtet haben, und zwar Anatoly Golitsyn und Jan Schena. Der Untergang des Kommunismus wurde vorgetäuscht, basierend auf Leninskonzepten, um ihn auf der ganzen Welt einzuführen. Und natürlich, das ist klar, ohne ihn weiterhin Kommunismus zu nennen. Und sogar das Wort selbst verrät es, und zwar Perestroika bedeutet auf Russisch schlicht Umgestaltung oder Umstrukturierung, ergo eine Umstrukturierung des Marxismus und eben nicht dessen Ende. Man muss demnach sowohl Gorbatschows Bücher als auch den Namen der Sache selbst ignorieren, um zu glauben, der Kommunismus sei untergegangen. Und wie Historikern, die nichts anderes tun, als sich damit zu beschäftigen, das nicht auffallen kann, ist eigentlich nur mit Vertuschung oder totaler Inkompetenz zu erklären. Dasselbe gilt dann auch für die Journalisten. Die Pointe dabei ist jetzt noch, dass das russische Wort Perestroika nicht nur Umstrukturierung bedeutet, sondern Umstrukturierung ja in etwa gleichbedeutend ist mit Umbruch. Und wie heißt Klaus Schwab's Buch? Covid-19, der große Umbruch. Was natürlich heißt, er übersetzt das Wort Reset mit Umbruch, womit Reset und Perestroika praktisch Synonyme darstellen. Sogar die Titel der Projekte sind quasi dieselben. Was nicht überrascht, denn wie wir in der Ausgabe nachweisen, ist der Great Reset ein weiterer Wegpunkt der sowjetischen Langzeitstrategie. Ein weiterer Schritt hin zur marxistischen Umstrukturierung unseres Lebens. Fassen wir also zusammen, weder der Mainstream noch die alternativen Medien berichten über die sowjetische Langzeitstrategie. Dabei ist das Thema weder unseriös noch irrelevant. Im Gegenteil, die Beweise liegen offen auf dem Präsentierteller, nur ansehen will sie halt kaum jemand. Gleichzeitig ist die momentane politische Situation direkt damit verknüpft. Und da das Thema ja nahezu ignoriert wird, versteht es sich auch irgendwo von selbst, dass auch niemand die sowjetische Langzeitstrategie mit dem Great Reset verknüpft. Was dann dazu führt, dass der Mainstream sagt, es ginge bei Corona um eine Pandemie, was definitiv nicht zutrifft. Aber ein großer Teil der alternativen Medien banalisiert dann das Thema und sagt, es ginge darum, Geld zu verdienen, was auch nicht zutrifft. Und dieses Narrativ von den gierigen Kapitalisten ist für mich immer ein großes Alarmsignal sogar, weil es ja sogar zur Strategie gehört, die freie Marktwirtschaft zu verunglimpfen. Der beste Beweis dafür ist Schwabs Buch. Und die Überläufer Golitzin und Schäner haben sogar vorausgesagt, dass man nach dem inszenierten Untergang sogar extrasozialistische Systeme als kapitalistisch bezeichnen wird, damit die Bevölkerung dann noch mehr Sozialismus fordert. Auch das thematisieren wir dann ausführlich in der Zeitung. Also wenn man Klaus Schwab Kapitalist nennt, erfüllt man genau das, was die Kommunisten damals geplant haben, was dann auch für mich das ziemliche Gegenteil darstellt von Aufklärung. Also es geht um viel, viel mehr als Profit. Das Endziel ist die totale Kontrolle der Weltbevölkerung. Und auch der Kommunismus ist da nicht das einzige Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. Auch der ist jetzt kein Selbstzweck, sondern vielmehr ein Werkzeug von vielen anderen. Aber der Zerfall des Westens ist ja offensichtlich, oder nicht? Putin will immerhin nicht alles mitmachen, was die globalen Eliten wie Klaus Schwab vorhaben. Ist das nicht gut? Nee, also das ist schlicht falsch und damit auch nichts als Propaganda. Man sagt ja so schön, jeder kriegt die Propaganda, die er verdient. Also man muss unterscheiden, welche Propaganda an wen gerichtet ist. Widersprüchliche Propaganda kann von ein und demselben Sender kommen, aber eben an ein unterschiedliches Zielpublikum. Und darin ist vor allem das heutige Russland sehr geschickt. Zum Beispiel jetzt, wer das offen kommunistische China kritisch sieht, der wird gezielt gestreute Propaganda finden, dass Russland und China keine Verbündeten sind. Gleichzeitig aber verkünden Putin und Xi Jinping öffentlich, dass die Beziehungen zwischen Russland und China nie enger waren, worüber dann auch der Mainstream berichtet, ohne es allerdings wirklich an die große Glocke zu hängen. Oder im Westen wird für ein bestimmtes Zielpublikum die Propaganda gestreut, Russland sei friedlich. Gleichzeitig rüstet Russland aber gegen den Westen auf und hat auch damals eine sehr entscheidende Rolle beim sogenannten Krieg gegen den Terror gespielt. Und wieder gilt dasselbe wie oben. Der Mainstream berichtet Verhalten über diese Aufrüstung, ohne dass es wirklich die breite Masse mitbekommt. Andererseits wird an Mainstream-kritischen Kreisen vermittelt, Russland sei zahm wie ein Reh. Oder weiteres Beispiel, im Westen wird das Narrativ verbreitet, Russland hätte gar nichts mit dem Great Reset zu tun. Gleichzeitig ist Russland voll in den Great Reset eingebunden, was unter anderem Übungen wie Cyber-Polygon zeigen. And we are open to cooperation. I am therefore pleased to see the leaders of large international organizations, including the World Economic Forum and Interpol, as well as the CEOs of the global corporations from a wide range of the industries and the countries at this event. The Forum has built an excellent relationship with the Russian Federation, both with the business community, as well as with the government. I was pleased to meet with President Putin last year and I look forward to deepening this relationship with you, Mr. Prime Minister, and your government. Oder Putin wird als Gegenpol zu vermeintlich westlichen Eliten und Kriegstreibern dargestellt oder westlichen Imperialisten. Gleichzeitig sind Putin und Kissinger enge Freunde. Und man könnte endlos so weitermachen und bestimmt eine ganze Ausgabe mit diesen Widersprüchen füllen. Das Interessante ist jetzt, auch da ist eine Kontinuität zu erkennen. Denn seit dem Fall der Mauer hat sich eigentlich kaum was verändert. Die russische Regierung streut Desinformation im Westen. Das war zu Sowjetzeiten so und das setzt sich heute fort. Und nicht nur das, auch die kommunistische Subversion geht weiter. Subversion bedeutet die gezielte Schwächung des Westens durch sowas wie hybride Kriegsführung. Also ein Krieg ohne Waffen, in dem man probiert, Institution, Werte und Tradition des Westens zu zerstören. Alles, was dem Westen Stabilität verleiht. Und in Ausgabe 41 ziehen wir dann die Linie vom KGB-Agenten Yuri Bechmenov, der noch in der Sowjetzeit an der Subversion beteiligt war und darüber ausgepackt hat. Da ziehen wir die Linie zur Gegenwart. Und zwar unter anderem zu Alexander Dugin, der ja mehr als offen darüber spricht, dass er heute an der Subversion des Westens arbeitet. Das heißt, Russland ist selbst daran beteiligt, dass die westliche Gesellschaft auseinanderbricht. Wohlgemerkt nicht Russland alleine, denn es ist ein globaler Plan. Aber Russland spielt auch eine Rolle dabei, die man auf keinen Fall ignorieren sollte. Genau wie es auch das WEF und der Great Reset tun. All dies wird dann in Ausgabe 41 herausgearbeitet. Unter anderem am Beispiel der kritischen Rassentheorie, von der das WEF sehr begeistert ist und die haargenau dem entspricht, was der KGB-Agent Yuri Bechmenov eben als Subversion des Westens bezeichnet hat. Was ich da noch kurz anmerken will, ja, aus dem Mainstream kommt hin und wieder so eine Art Anti-Putin-Berichterstattung, die aber auch ziemlich zahllos und oberflächlich ist und die echten Zusammenhänge auch extrem verzerrt. Putin wird da sehr selten, wie jetzt bei uns in der Zeitung, als KGB-Mann präsentiert, sondern oft sogar als angeblich konservativer, schlimmer Nationalist. Was dann eigentlich wieder Propaganda ist, um den Nationalismus im Westen zu verunglimpfen, das wäre dann eigentlich genau das, was Putin will. Denn der ist in Wahrheit das ziemliche Gegenteil eines konservativen Nationalisten, mehr dazu in der Zeitung. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie diese Art der Berichterstattung die Realität komplett verzerrt. Außerdem ist diese negative Berichterstattung über Putin jetzt auch nicht omnipräsent. Sie hatte so 2014 ihre Hochzeit und wird sogar seit Jahren tendenziell eher weniger. Ich will nicht zu weit ausholen zur Person Putin, weil man darüber sehr viel in der Doppelausgabe erfährt. Ich kann nur so viel sagen. Wladimir Putins Biografie ja schreit geradezu nach einer Mitwirkung Putins an der sowjetischen Langzeitstrategie. Übrigens auch die Biografie von Angela Merkel, was ebenfalls in der Zeitung thematisiert wird, ja. Also das kennen wir ja auch aus dem Mainstream. Putin ist der Bösewicht. Die Expresszeitung legt jetzt noch eine Schippe drauf. Russland steht also im Zentrum der Macht und das Endziel Russlands ist die Errichtung einer kommunistischen Weltregierung? Ne, also das wäre ein Strohmann-Argument und wer die Zeitung liest, weiß, dass wir das darin nicht sagen. Es handelt sich um eine globale Agenda, die nicht auf einzelne Staaten zu reduzieren ist und nicht einmal der Marxismus an sich ist das Ende der Fahnenstange. Und übrigens auch nicht die westliche Hochfinanz, die hinter ihm steht, was dann auch in der Zeitung auf den ersten Seiten sofort klargestellt wird. Denn die sowjetische Langzeitstrategie ist nur einer von vielen Eckpfeilern einer geplanten Entwicklung oder wie wir es in der Ausgabe sagen, Puzzlestücke oder Mosaiksteine, die notwendig sind, um das ganze Bild zu sehen. Der Great Reset und die sowjetische Langzeitstrategie wurden jetzt erstmal miteinander verknüpft und es werden in den kommenden Ausgaben weitere Puzzlestücke folgen. Ja, ich hoffe, das Gespräch konnte so einige offene Fragen beantworten und vielleicht auch Leute überzeugen, denen das Thema bisher fremd war, was verständlich wäre, denn es wird ja ein sehr unverdientes Schattendasein. Und wenn man über eine Sache nicht informiert wird, ja klar, wie soll man dann je deren Bedeutung erkennen. Aber ich will betonen, die größte Überzeugungskraft kann nur das Lesen der Ausgabe erzeugen, weil die extreme Faktendichte es da einfach nicht zulässt, das alles jetzt in ein Video zu packen. Also wer sich selbst überzeugen will, der findet alle Beweise in der Doppelausgabe namens Great Reset Perestroika Täuschung 2.0, bestellbar über unseren Webshop. Und wer in Zukunft Ausgaben haben will über weitere Puzzlestücke der Agenda, der kann jetzt gerne schon mal ein Abonnement abschließen. Das wissen wir besonders zu schätzen. Links dazu sind alle in der Beschreibung. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und einen besonderen Dank an unsere Leser und Abonnenten und jene, die es noch werden wollen. Ihre Unterstützung macht unsere Arbeit erst möglich. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.